Alter Watts, wie kamst du auf die Idee, dass du Wepper wärst, du gegen mich nicht fliegst? Du bist nur eine Let's Player Fotze, ich mein, ich würde deine Rotze für eine Sekunde ansehen. Taktgefühl besitzt du nicht, für was denn auch? Ist doch nicht so wichtig, ja genau, du willst lieber inhaltlich die Punkte holen. Doch deine Runde ist inhaltloser als ein leerer Karton, dennoch seine Lines aus den Kommentaren klauen. Du Pole, das ist nicht wirklich schlau und deine Flaws sind. Ich lege in dem Bauch, viele in den Kopf, denn mein Kopf wirklich fickt. Gute Technik brauchst du nicht, du bist einfach wack, bitch. Du hast ein Zombie-Fetisch-Ecklich, kriegst du bis zu ner, wenn du wieder GTA-Let's-Base machst. Hook, brauchst du nicht, bist du nicht kleiner Weg. Challenge, brauchst du nicht, 50% weniger Punkte schaden nicht. Du bist wie Whiffen, einfach nur ein Nazi, krass wie du weppst. Flow, Technik und Punches besitzt du nicht, von Bekanntheit einfach recht. Ja, dass du scheiße weppst, weiß jeder, der Ahnung hat. Dass du gut weppst, weiß jeder, der keine Ahnung hat. Note .